Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 Felsbrunn. Heute am Donnerstag neue Aufnahme und wir müssen erstmal schauen wo wir stehen geblieben sind. Einmal wollten wir glaube ich Lage verkaufen. Genau der ist voll. Den hier müssen wir weiter losstieg biegeln und das Unkreuz bekämpfen. Hier hatten wir ja eine Mission begonnen glaube ich. Genau das mal Feld 21 noch pflügen. Bevor wir das kaufen wollten. Und das allerwichtigste war glaube ich nach dem Sojapreis zu gucken. Dass wir unser Soja verkaufen können. Aber jetzt wird das anderen. Soja weil wir hier bei den Sojapreis zu gucken. Dann können wir das nochmalisaschärblich herausfinden. Es wird wieder einmalig Fl pikert sein. An der Sojapreis zu gucken. Oder wir schauen uns das zu sehen. Und dann kommt in der Sojapreis zu gucken, den wir dann noch einfach mal verlaufen können. Und dann kommt der Sojapreis zu gucken. Dann sehen wir uns wieder. Dann sehen wir uns wieder auf den Sojapreis zu gucken. 280.000 brauchen wir glaube ich für das Feld N20 Einhängersolage müsste ja dann noch im Bunker drin sein, wenn ich mich so recht empfinde das Feld N20 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollten ein Silo formen. Wir wollten ein Silo formen. Wir wollten ein Silo formen. Das müssen wir hier noch auf Teil 13 ansetzen. So, wie sieht es jetzt mit Soja aus 1807? Leidespeicher Ost. Ja, dann nix hin. Ja, dann nix hin. Gehen wir noch nicht mal alles mit. Ja, dann nix hin. Ja, dann nix hin. Ja, dann nix hin. Ja, dann nix hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Missionen pflügen wird natürlich eine ganze Weile dauern. Aber mit den 31.000 Ja, so ein bisschen was über 50.000 kriegen. Müssen wir auf alle Fälle unser Silo leer machen, damit wir unser Quass einsammeln können, was wir gemäht haben. Die Missionen pflügen. Die Missionen pflügen. So hinein damit. 294.000, sieht gut aus. 304.000, sieht gut aus. 205.000, sieht gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Denn ich finde mit Tieren sollten wir auf alle Fälle anfangen. Oh, so large Preise sind gesunken. Oh, jetzt komm ich jetzt. Oh, so large Preise sind gesunken. Das Spiel wird nicht mehr zu holen sein. Mein Hänger wird nicht voll gewesen sein. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020